Die Schlacht an der Neva ereignete sich am 15. Juli 1240 am Fluss Neva zwischen der schwedischen Armee unter Bürger Jarl und der Droschina der Republik Novgorod unter Fürst Alexander Jaroslawitsch. Den Hintergrund der Schlacht bildete die Schwächung der Ehr-Urs durch den verwüstenden Mongolen-Einfall ab 1237 und der daraus entstandene Wunsch, Schwedens, die strategische Mündung der Neva und die Stadt Alt-Ladoga unter seine Kontrolle zu bringen. Die zu den Schlüsselpunkten auf dem Handelsweg von den Varigern zu den Griechen zählten. Nachdem Alexander vom Vordringen der Schweden erfahren hatte, führte er seine Armee entlang des Volchow und erreichte Ladoga vor dem Gegner, wo zu seinen Truppen auch Bürger von Ladoga hinzustießen. Währenddessen drangen die Schweden, in deren Reihen auch Norweger und Finnen waren, zur Mündung der Ibschura vor. Die Russen nutzten den Vorteil eines dichten Nebels und griffen das schwedische Lager an. Der Überraschungseffekt war groß und die Schweden erlitten eine schwere Niederlage, woraufhin die Reste der schwedischen Armee die Flucht ergriffen. Die Chroniken berichten darüber, dass Alexander Bürgerjal im Verlauf der Schlacht ein Auge ausstach. Aufgrund des Sieges in dieser Schlacht, in der Alexander bemerkenswerte Führungsqualitäten und Courage zeigte, erhielt er später den Beinamen Nevsky. Die Schlacht an der Neva wehrte die schwedische Invasion ab und sicherte die russisch-schwedische Grenze für viele Jahrzehnte. Weitere Berühmtheit erlangte Alexander in der Schlacht auf dem Paipussee, die sich zwei Jahre später ereignete.